Es geht weiter, 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 weiter mit SynthosK9 2 Und es wurde mir gerade abgenickt, es war nicht genial, aber die meisten sagten, komm wir machen das so Einmal ja weiter, einmal rauf Und jetzt können wir auch eigentlich den Bahnhof schon mal platzieren Hier vorne Die Straße wollten wir links oder rechts davon führen Links davon, links davon Oh Gott, man sieht ja mal wieder nichts hier, wo ist der Straßenzugang? Unten, unten rechts ist er gerade, also links, links ist er gerade Wo kommen die Züge rein? Jetzt ist der Straßenzugang unten, das ist im Prinzip okay Ist der unten? Ja Wo ist der Straßenzugang? Unten, ne? Ich glaube ganz unten, da gibt es so ein kleines Symbol Oh Gott, kann man das schwer sehen Ich glaube der Straßenzugang Ach, das ist eine Endstation, ich muss die einmal drehen Die kann nur so rum reinfahren, das ist eine Endstation, alles klar Das heißt, ich bin gezwungen, die Straße oben zu haben So, und da kommt jetzt der Zug hin Das Gleis hin In der sanften Kurve bitte Gerade wird ein Autosafe angelegt oder spielschmiert ab Ich hoffe es ist ein Autosafe Bitte nicht jetzt abschmieren, liebes Spiel Ich habe erst einen Absturz in 80 Spielstunden War irgendwas ganz anderes gerade Ich glaube wenn man Hilfe sagt, in der Spiele bitte nicht abzustürzen Dann stürzt es ab Liebe Leute, ich habe den ultimativen Hack für Cities Kalend 2 entdeckt Wenn das Spiel droht abzustürzen, müsste er sagen Bitte stürzt nicht ab und stürzt nicht ab Gerne geschehen Pro Gamer und Pro Technik Tipps beim PC-Nord-WB Ihr müsst einfach an die Macht eurer Worte glauben Cool Wenn ich das schon früher gewusst hätte Ich meine Eltern viel früher früher gesagt Bitte mehr Taschengeld Ich meine Eltern nicht ab und sehr vermutlich Forward Ich gehe gegen die Macht undanciale Wolf spaces стен Ich gehe vorher Konten Ich gehe jetzt mit dem Plan Ich gehe nur aus dem Plan Und hier ist ein einspurig rein, zweispurig raus. Oh, sieht das doof aus. Da müssen wir noch ein bisschen eine kleine Korrektur durchführen, leider. Jetzt sieht es okay aus, oder? Was ist denn das hier? Leute, ist das okay hier, oder wollen wir perfekt? Perfektionismus, ich, komm. Also wenn ich eines hasse, dann ist das Perfektionismus. Im Ernst, also ich weiß, es gibt das Gerücht, ich sei perfektionist. Ich kann es nur zurückweilen. Aber es ist das perfekte Gerücht, das mich in die Welt gesetzt worden ist. So, jetzt brauchen wir den Straßenanschluss und viele andere Anschlüsse. Wir wollen es schnell, wir speichern einmal ab bei der Gelegenheit. Und wieder raus. Ich kollidiere mit der Nutzfläche, wird im Chat gesagt. Ja, das war Absicht. Ich wollte an der Kleinstelle hier durch, weil hier kommt eine Farm hin, die hat einen begrenzten Radius und links noch eine. Ich wollte genau in der Mitte durch. Das war Absicht. So, und jetzt müssen wir gucken, wie wir eine dicke Straße haben, eine Schnellstraße am besten, die rüberfährt. Können Straßenbahnen Schnellstraßen benutzen? Ich vermute nicht, Schnellstraßen sind Autobahnen. Ich denke nicht. Wir wollen aber einen guten ÖPNV-Anschluss haben. Ich hätte mir in den Kopf gesetzt, das mit einer Straßenbahn zu machen. Weil Zug wollte ich nicht. Dann dürfen wir keine Schnellstraßen nehmen. Außerdem haben wir mit Schnellstraßen, haben wir glaube ich auch keinen Wasser- und Stromanschluss, einen automatischen, haben wir denn die besten Straßen schon angeschlossen? Große Straßen. Wir brauchen eine sechsspurige Straße mit einer ÖPNV, mit einer Straßenbahnlinie in der Mitte. Die zwei in der Mitte blockt, glaube ich. Straßenbahnen, wenn man die, glaube ich, in der Mitte setzt, dann kann man, glaube ich, hier einstellen, ob die in der eigene, ist egal. Also irgendwie geht das schon. Wir brauchen eine sechsspurige mit Rennwand. Und, ja, warum nicht? Unterhaltskosten 250 pro Monat. Wir machen erstmal den kleinen Straßenanschluss hier, damit wir daran andocken können gleich. Die sechsspurige finden wir hier sogar langmal. Einmal hier. Hatte ich mit Trennwand gerade gemacht oder ohne? Mit? Ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist. Wir machen mal ohne. Und jetzt machen wir hier oben eine Kreuz. Jetzt geht es rechts rum und links rum. Ich setze erstmal kleine Straßen hier gleich dran. Wir machen erstmal die große. Die Autobahnbrücke geht wohin? Die Schnellstraße rechts von der Bahn, links von der Bahn und über die Bahn rüber. Wir brauchen eine Brücke gleich. Ich habe vergessen, in den Pausenmodus zu gehen. Äh, pardon, in den Kurvenmodus zu gehen. Kann man die automatisch ziehen? Man kann. Okay. Hätte ich vorher hochgehen müssen? Nein. Muss ich hochgehen? Auch nicht. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Grüße an Prof. Dr. April. Danke fürs 19. Abo an dich. Und an Justus fürs 21. Danke euch. Wir gucken mal, ob wir hier direkt... Das ist überlappend wegen der... Ach, wegen dem Strom ist das überlappend. Wir können die Eisenbahnstrecke aber kreuzen. Oder wir machen die Stromstrecke, kürzen wir noch leicht ein hier. Gehen hier vorne hin. Gehen hier rein in minus 20 Meter. Docken hier an. Hat sie angedockt? Ich glaube ja, ne? Sieht so aus. Ah, jetzt könnten wir den Mast doch hier entfernen, oder? Ich hoffe, das klappt. Ich glaube, das geht. Ich hoffe mal, dass hier eine Verbindung ist. Die ist weg. Die Verbindung ist weg. Ach, wie doof ist das denn? Minus 20 Meter war das doch überall, ne? Oh Mann. Wir machen ein kleines... Ich mach das ja nochmal neu. Einmal hier ran. Jetzt klappt es aber. Ja, Strom ist da. So, und jetzt machen wir mal die Bahn rüber. Hallo Kapili. Seit Jahren. Also seit vier Jahren, glaube ich, hauptberuflich. Als Streamer werde ich gerade gefragt, wann ich das hier mache. Also vorher eigentlich schon hauptberuflich, aber ab dann mache ich sonst nichts mehr. Nur noch das hier. Streamen und YouTuben und ein Podcast mitmachen oder einen Text irgendwo schreiben, aber nur noch Gaming halt. Und da wollten wir andecken, andocken hier vorne. Und einmal rüber auf. Und jetzt geht's. Super. Mit einem kleinen Hubbel. Wir gehen einmal hier hin. Welche Höhe ist das denn hier? Wir können hier rein und dann mit einem Tunnel auf die andere Seite zum Beispiel. Oder wir gehen einfach eins hoch und dann kommen wir drüber, ne? Mit zehn Metern kommen wir schon drüber. Und bei zehn Metern muss die drunter fahren, die Eisenbahn. Ja, geht doch. Wunderbar, funktioniert. So, liebe Leute, was sagt ihr zu der Doppelbrücke? Nein, das ist ja auf Anhieb okay. Alles prima. Alles top. Ich dachte, es wird viel fummeliger werden. Ich bin begeistert. Wunderbar. Jetzt docken wir hier an. Wir könnten die sogar oberhalb bauen, eventuell. Ne, wir gehen jetzt wieder sacht runter. Wir gehen jetzt wieder. müssen wir mal kurz nachdenken also das soll natürlich nicht kaputt machen die farm ach das sind zwei farmen wir könnten wir gehen hier rein hier ist ein durchgang nach oben mit einer dicken straße die man vergrößern könnte mit einem tunnel der führt hier raus wir könnten das hier rein bündeln lassen das versuchen wir mal dann ist das hier vierspurig und dann machen wir das hier machen wir sechsspurig das kann sein dass hier einiges abgerissen wird aber wir ziehen einfach hier unten durch das ist mal versuchen ich ahne das schlimmste liebe leute es geht ganz viel industrie kaputt einmal ersetzen ja aber auf der rechten seite bitte ersetzen weil links ist umspannwerk und ich weiß gar nicht ob das geht ich hoffe es geht das geht nicht das kriege war das war nachher noch passend das ist alles erstmal weg kann jetzt gab es kleinere probleme hier vor das hier ist eine abwasseraufbereitungsanlage ach die kann nicht abgerissen werden weil es ein dienstleistungsgebäude ist die müssen wir woanders hinsetzen das können wir problemlos machen die heben mich hoch liebe leute staunt die ganze abwasseraufbereitungsanlage mit diesen muckis herkules ist nichts gegen bull 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 cool es einmal hochheben einmal rüberschieben schaut und staunen und das ist ein paar außen modus neben ernst wohin damit aber irgendwo hier oben hin oder hier dazwischen macht viel dreck hier oben hin geht das hier geht es hin mal schauen ob das mit der verbindung geklappt hat ja hat geklappt abwasser klappt auch läuft auch bis da oben hin alles gut so und jetzt können wir das hier weiter vergrößern wieder es geht und warum geht das nicht was ist das hier nix welche kleinst häuschen müssen weichen die müssen weg welchen terraforming grund ich weiß es nicht neuer versuch und am drücken immer noch nicht überlappende objekte vielleicht nicht ist da eine leitung ist da eine eisenbahn eine stromleitung oder irgendwas das ist die stromleitung hier ne nein die stromleitung oder eben auch da es irgendwas ist jetzt muss hier muss irgendeine leitung sein ist es die dicke stromleitung hier links die ist es ne hier ist so eine dicke unterirdische stromleitung ich lege die ist der einzige grund der mir gerade einfällt das ist ne nieder das ist niedrig spannung ach die führt hier ober die führt ja teilweise oberirdisch lang ne genau die müssen wir in unterirdisch umlegen das könnte sein hat das hier angedockt ich glaube ja minus 20 meter wir machen mal in minus 20 meter einmal rüber und wohin das ist eine hochspannungsleitung das ist nicht niedrig strom was ist denn das hier für eine leitung die kommen von den windkraft das ist niedrig spannung ja eindeutig hat es gerade geklappt hier hat es hier gesnappt nein nochmal hat es jetzt gesnappt ja einmal kurz laufen lassen jetzt den rest abreißen ich hoffe das ist jetzt so ok neuer versuch ach das war hier vorne das war eine ganz andere stelle ich bin an der falschen stelle angucken das problem war gar nicht hier links das problem war weiter rechts nein das kann hier aber auch nicht schaden das problem war hier vorne oder wo war es ne es war es war doch hier ich habe alle ich war doch an der richtigen stelle jetzt nochmal hier der versucht es zu ersetzen das geht jetzt geht es jetzt geht es auf der anderen seite vielleicht wegen dem höhen und des höhen unterschiedes einmal hier hin jetzt mache ich den einmal zurück übersetzen bitte nicht erschrecken nach hier hin und jetzt wieder mit dem dicken nach links jetzt geht das nicht weg dem ja so können wir es machen es ist nicht so hübsch aber es geht im prinzip es die oberleitung sei immer noch da ja die oberleitung ist die ganze zeit da das ist die oberleitung von den zügen hier also die starkstrom leitung und er meint ja eine kleine eine niedrig strom überleitung ist da eine ist da echt eine wo habt ihr denn eine gesehen die hier an die docken wir an hier geht es unterirdisch weiter die kleine auf dem berg meint ihr die da vorne die ist okay die hatten wir eingeplant vielleicht müssen wir die noch ein stück weiter nach oben hin legen wir docken hier nochmal an minus 20 meter bis hierhin rauf haben wir angedockt? nein jetzt hat es aber geklappt das einmal weg und das einmal weg und jetzt sollte alles funktionieren strom läuft wieder wieder in den straßenbau modus hier vorne sind wir einmal ja sieg weltherrschaft echt dagegen ist so ein sie also gegen so football aufbauspiel bei citybildern so kleine fummelige situationen wo man an details verzweifelt und die dann zu besiegen das ist doch fast schon so cool wie was weiß ich bei civilization 6 eine ganze kacht erobert zu haben das ist doch hier das ist doch das spektakel liebe leute auf 3 auf 2 auf und einmal hier fertig einmal nach oben hin achso einmal zurück einmal hier hin jetzt hier hin und jetzt anders es geht immer noch nicht es geht immer noch nicht es geht doch nicht es geht doch nicht es geht nicht nach oben hin überlappende objekte das darf doch nicht wahr sein ja was überlappt denn hier wir machen mal ein bisschen terraforming oh vor terraforming immer abspeichern da sei eine kleine oberleitung die halbiert nach oben den barkhang direkt an dem nein der kleine fliegel hier da ist er ja ihr habt recht ja und jetzt oh oh ich hätte ja gern das hier weg ne funktioniert der strom immer noch irgendwie ja ne was ist denn das hier kann man nicht weg machen hier also klar funktioniert auch so aber sieht so doof aus irgendwie kann ich mir auch nicht anzeigen lassen wo ist das denn hier seht ihr das ich würde es so gerne weg machen ah und ist immer noch der strom da oder ist er weg ja sieg weltherrschaft oh god und jetzt aber jetzt hier unten hin und jetzt die straße vergrößern Achtung einmal verklein nein ja doch nein nein es sind die kleinen dinge im leben die einem auf die größten freuden bereiten oder ja 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 ja